Hallo, mein Name ist Evelin Nütz. Ich bin die Ausbilderin bei der Stadt Besichheim. Hier arbeiten 310 Mitarbeiter. Wir haben zurzeit fünf Auszubildende und möchten euch nun einen kurzen Einblick in die Welt unserer Auszubildenden geben. Hallo, mein Name ist Anna und ich mache die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten hier im Besichheimer Rathaus. Die Ausbildung dauert drei Jahre, man kann sie aber auch auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Im Laufe der Ausbildung durchläuft man verschiedene Bereiche des Besichheimer Rathauses. Hallo, ich bin der Luca und ich habe diesem Jahr im Januar meine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe abgeschlossen. Die Ausbildung dauert drei Jahre und die Aufgaben sind unter anderem einmal Beckenaufsicht, Reinigungsarbeiten und Betreuung der technischen Anlage. Hallo, ich bin Rossella, ich bin 19 Jahre alt und ich mache gerade die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin hier bei der Stadt Besichheim. Die Ausbildung geht insgesamt drei Jahre. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und bin zweimal in der Woche hier in der Kita Kreuzäcker und dreimal in der Woche gehe ich nach Ludigsburg an die Mathilde-Planck-Schule. Was ich besonders vorteilhaft an der Ausbildung finde, ist, dass die Schule mit den Kindertageseinrichtungen hier kooperiert und ich freue mich auf die weitere Zeit hier bei der Stadt Besichheim. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen tollen Einblick von den Ausbildungsberufen der Stadt Besichheim bekommen. Mein Name ist Sarah und ich bin im ersten Ausbildungsjahr als Verwaltungsfachangestellte. Bewerben könnt ihr euch unter bewerbung.besichheim.de. Ich freue mich auf tolle Unterstützung. Musik